Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich habe immer wieder so in den Kommentaren gelesen, warum sind die Videos so lang? Ich mache jetzt mal ein kurzes Video. Dafür gibt es auch immer weniger Inhalt. Aber im Endeffekt gibt es überhaupt Inhalt. Und das kriege ich auch irgendwie hin. Ich wollte nur darauf hinweisen, klar ist jetzt nichts besonderes, aber diese Kekse, diese Selkekekse sind wirklich eher schwarz. Mehr schwarz ist als andere. Und um den ganzen Video noch einen Mehrwert zu bieten, oder noch einen weiteren Mehrwert zu bieten, ja, wie auch immer, wollte ich mal ausprobieren, wenn mich Tischschneider glücklich macht. Ich habe bis gestern schon angefangen zu knabbern, weil ich einfach nichts habe. Ich habe noch für morgen was, aber naja, erst muss ich schon ein bisschen hier ein kurzes Video zu machen, in Ordnung. Und die jensche Limone macht mich auch glücklich, also es ist die Frage, passt es, also es passt zusammen und macht mich beides noch glücklicher, ich weiß es nicht. Probieren wir es mal aus, oder? Ähm, ja, das auch nicht. Es sind halt eben so Waffeln, wo auch Selke draufsteht, falls es auch die Marke ist, aber naja. Na ja, geht gut zusammen. Mir ist es auch egal, ob da ein Haufen Vanillezeug drin ist, sonst kann ich da schon geschmeckt, aber so genau wie ich es auch ihr nicht wissen. Und ich würde es mir auch auf keinen Fall durchlesen, weil es mir so egal ist. Egal, jetzt war es erst mal das kurze Video für heute, dann kriegen wir noch die zwei Minuten voll. Morgen wird es dafür viel interessanter, aber auch ein bisschen länger. Bis dahin, ciao. Ciao.